Elrim Die himmlischen Geister versprachen es und schenkten einem geschöpftes Leben, das aussah wie sie selbst. Das war der Anfang der Menschheit. Die Zeit verging und der Wald wurde erneut vom Schicksal getroffen. Ein himmlischer Geist wurde von einer weisen Bestie verführt und damit war das Versprechen gegenüber Elrim gebrochen. Der Geist verlor seine himmlische Macht und das Kind von Mensch und Geist erwarb sie. Diese neue Macht bedrohte Elrim, weshalb er sie in Licht und Dunkelheit teilte. Der Geist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020